Einmal, ich denk mir manchmal so, ja, diese Woche hab ich richtig wenig geguckt, so heute 57 Minuten, gestern so 2 Stunden, ich denk mir so, ja normal, ich glaub nicht, woher kommt die Watchtime, irgendwie 35 Stunden diese Woche, egal, ich hab einfach an einem Tag 12 Stunden geguckt, ich weiß nicht, wann ich 12 Stunden die Suchtipp an einem Tag geguckt hab. Heute hab ich wenig YouTube geguckt, ich kann ja mal nachgucken, wo wollte ich denn, ich bleib doch einfach gerade. Oh, heute hab ich 5 Stunden. Letzte 7 Tage 23 Stunden und 23 Minuten. Ich bin weit, ich bin weit. Bitch, bitch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh my God. Ptold Cristiano. Oh my God. Oh my God. Und jetzt wurde das nicht gespeichert? Doch, doch, das wird gespeichert. Du bist einer von acht Personen. Ja, eine von neun. Achso, kann ja auch sein. Hat Technickel das schon geschafft? Nein, die Attems schreibe ich in die Beschreibung.